Wir machen eine Fahrt mit der Linie 20 von Mosach Richtung Stachus mit dem Triebwagen Nummer 2210, der 3, der hat Kilometerzahl 6072. Wir haben ein wenig Neus ein wenig, aber es gibt einen ganzen Tag auch noch so, dass Sie also viele Tömer werden. Die Bibelküden ist gut. Jetzt hast du die ahora, Mit Ihm Kuchen und weiß ich. Also ich hab, dass das auf dem Tömer war. Ich habe das in einem Tömer ab, aber ich habe das in einem Tömer, Nächste Haltestelle, Perikofenstraße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die nächste Haltestelle ist vor dem Heiz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle, den Wurzplatz. 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 Nächste Haltestelle,? Nächste Haltestelle, den Wurzplatz. Nächste Haltestelle, den Wurzplatz. Nächste Haltestelle, den Wurzplatz. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Nächste Haltestelle, Westfriedhof. Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn. Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn. Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn. Nächste Haltestelle, Hanauer Straße. Umsteigemöglichkeit zum U-Bahn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020